Gut, dann gucken wir alle nochmal auf die Karte. Der Anfahrtsweg ist markiert. Es ist möglich, dass die livonischen Kräfte uns schon vor MZ beschießen, aus ihrer Stellung heraus. Dementsprechend müssen wir dann reagieren. Spätestens dann beim Marschziel Halt und dann Vorrücken in unseren Gefechtsstreifen und auf unserer Mitte-Rechtsseite markiert. Dann erwarten wir erstmal keinen großartigen Infanteriefeind. Das ist ziemlich offen, das Gelände. Wir müssen aber damit rechnen, dass Fahrzeuge links und rechts stehen. Dementsprechend machen wir auch sehr langsam. Wir haben dann ein kleines Waldstückchen, das müssen wir dann zuerst sichern. Dann geht es wieder weiter bis an die Ortschaft ZZ1. Wir müssen dort den nördlichen Teil sichern. Es ist natürlich auf Zivilisten zu achten. Allgemein ist auf Minen zu achten, wurde angesagt. Nach ZZ1 geht es dann in den nächsten Wald. Dort werden wir versuchen, schon im nördlichen Wald abzusitzen und abgesessen zu bleiben, bis der Wald komplett gesichert ist. Also hier überspringen. Und den Wald danach müssen wir halt mal schauen, ob wir das abgesessen machen oder nicht. Dann geht es weiter an ZZ2. Da erwarten wir erstmal keine Besonderheiten. Danach haben wir allerdings noch ein Waldstück mit anschließend einem See. Den werden wir vermutlich nördlich umfahren. Ich weiß noch nicht, wann nach dem See wir da wieder einkehren. Es ist wohl möglich, den Fluss dort zu durchfahren. Aber mit dem Wald bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen ist es erstmal so eingezeichnet, dass der SPZ komplett nördlich drüber fährt und die Infanterie muss dann halt den Wald sichern. Dann haben wir noch das AZ. Da sollte auch soweit alles klar sein. Keine großen Besonderheiten, bis auf den Fakt, dass eben Fahrzeuge nördlich und südlich stehen können. Ja, denkt dran, wir haben den Mörser zur Unterstützung. Der Feind hat die Luftüberlegenheit, weil er hat auch den Helikopterstützpunkt eingerichtet. Wir haben einen KPZ im Bereich, der markiert ist. Beziehungsweise einen verstärkten Zug mit einem KPZ. Und dementsprechend müssen wir dann vorsichtig sein. Dann fahren wir jetzt erstmal mit 60 kmh den Weg entlang. Bis spätestens Marsch, die wir dann halten. Ja, 60 kmh, Fliegfolgen. Und bei ZZ2 haben wir jetzt zweimal weiß. ZZ2... Nein, vorne die zwei Häuser. Oh nein, da vorne. Ja, diese drei haben auch mit drin. Werbe ich deine um. Das ist alles gut. Der Wechsel ist klar. Ja, ist unspielbar. Ja, und dann mich wieder anschreien, wenn ich zum Feind weiß 1 renne. Das kann ich sagen, du hast gerade die Gebäude da beim OZ als im Seitenkanal markiert. Die du markiert hast. Das sieht gut aus. Ich hoffe, dass die dann für die nächste Mission einfach übernommen werden. Nicht, dass wir die dann jetzt 5 mal irgendwie zeichnen müssen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Vielleicht ist der Carlsbär dann wieder da. Dann kann der das wieder 1 rennen. Was sind denn diese... Sind das Wachtürme? Diese grünen Dinger bei ZZ1? Was sind denn Dinger? Wieder... Vielleicht sind das Torhäuser, vielleicht sind das Wachtürme. Gute Frage. Ja, die sind mitten im Zaun. Also ich würde behaupten, das sind irgendwelche Wachtürme. Kann mal sehen. So, das habe ich wirklich auch noch nicht gesehen. So in grünen, aber gut. Peinlich, peinlich. Nein, für früh abgebogen. Wird ein bisschen Tore sein, weil der Schachtschutz auch überall. Alucard, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte es nicht mal einer mitgekriegt. Oh, das ist aber Vertrauen, dass jemand hier entgegenklingt. Danke, danke, danke. Ich markiere mal die Dinge nicht. Wir schauen einfach nicht, wie du fährst. Wir sind einfach heute auf der Karte. Wir sehen ja jetzt nicht. Weil wir haben ja keine Luke im Puma. Verdammt, ja, ja. Die grünen Dinger nicht. Fündigkeit verringern auf 10. Beziehungsweise 15. Fahrer halt. Stellung voraus, rückwärts Marsch. Rückwärts Marsch. Rückwärts Marsch. Links raus. R Ар Ab R pictured Leicht Wir gehen hier links hoch den Hügel durch die, durch die Gebäude vor an die Lintens fears. Wo sehen wir denn was? Wir können auch rechts sehen. Wir gehen hier Richtung den Osten an die Gebäude. Durch die Gebäude durch. Ja vielleicht durch die Scheune hier sieht man was. Wir müssen bis ganz ans Ende, sonst sehen wir nichts. Ok dann, hier lang. Naja, hier gehts auch nicht. Geh wir schauen mal drüben. Bleibt denn ihr? Alles gut. Hauptstein hat er gesagt, da sehen wir was hat er gesagt. Sehen wir mal ob das grüne Haus ein Fenster haut Richtung Süden. Nichts. Ja, hat ein Fenster Richtung Südenblauer bleibt man im grünen Haus. Klär auf Richtung Südosten. Grün und rot. Gucken wir hier an der Straße entlang. Sicht aus dem Fenster ist quasi null. 20 Meter bis zum Baum. Dann müssen wir bis ganz vor zur 476. Ok. Dann, klar weiter vor bis zur Kehrstraße. Schauen wir mal an der Straße. Drüben wird es leichter gegangen. Schauen wir mal! Schauen wir mal, da hast auch ein Loch. Ja, ja. Komm ich hier nicht los? Schau mal, ich hab das nicht mehr zu tun. Ähm, Gehen wir durchs Haus, oder? Ah, hinterm Haus drüber. Ah, ich weiß nicht wie es im Sound aussieht. Ähm. Da hinten im KVZ war das schon gar nicht tot. Ihr seht ja auch nicht, da kannst du schon Wurder weiter vorgehen. Hier ist eine Hüche dahinter. Was ist Wasser? Das Wasser, das vor uns fließt? Was ist denn der Wind? Also rechts von uns ist ein Bach. Ich hör irgendwas nicht, ich dachte vielleicht. Soja, hier können wir aufklären. Beteil euch. Beteil euch hier links und rechts in den Bürsten. Ah, da ist eine Stellung, ja. Die Stellung haben wir noch nicht markiert, die gucken jetzt zu nahe die Stunde. Beide Seiten Stellung, ja. 1-1-3, da läuft ein Typ drin. Ja, LDF. Mal rechts und links in den Bäumen warm rein. Ja, ich geh mal nach vorne. Warrier entdeckt, Richtung 105, linksseits im Wald. Wird gleich markiert. Mal rechts. 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 möglich und und jetzt nicht der fein hat Minen, guck doch auf die Straße ob irgendwo Minen liegen Die Warrior-Fall schießt seit der Tod, seit dem besten Hinterhang irgendwo, damit du weg kannst Hi little Bassman, wir haben heute den Auftrag unseren Gefechtsstreifen hier komplett zu durchlaufen, also was wir halt schaffen und wir spielen heute mit einer, also einem SPZ plus Infanterie-Trupp Aber wir simulieren quasi, genau wie es im Chat steht, wir simulieren den Zug, aber wir spielen halt nur eine Gruppe, deshalb haben wir auch nur ein Viertel vom Gefechtsstreifen wird von uns bespielt, der Rest ist simuliert Hast du irgendwas in der Bunkerstellung gesehen, was PA ist oder so, MG ist? Ich sehe nur den einen Infanteristen der da immer hin und her läuft, ansonsten ist das alles hinter diesen kleinen Bäumen, Minen habe ich keine gesehen, auf der ganzen Straße nicht Hier mal die linke und die rechte Bunkerseite, so akkurat wie möglich, damit wir möglicherweise hier Mörser drauf schießen können Links und rechts das Eck, ok Ja Alphi Braubo, komm Hi, Feinz, hört Wir haben jetzt aufgeklärt, die Bunkerstellung auf der Karte wurde markiert, wir zeichnen die gleich genauer ein und wir haben zwei Warriors entdeckt, linksseits im Wald sind auch markiert Ja, Feinz, so verstanden, gibt es noch weitere Aufklärungsergebnisse oder ist die Aufklärung beendet, komm Im Moment gibt es keine weiteren Aufklärungsergebnisse Ja, Feinz, so verstanden, dann werde ich jetzt die OPZ anweisen, die Bunkerstellung und die Warvia beschießen zu lassen mit Mörser und dann rücken wir jetzt mit dem SPZ nach und bekämpfen, was noch übrig geblieben ist, komm Ja, war so verstanden Alphi Braubo, auf drei markierte Ziele, Warrior und Bunkerstellung, komm Oh, PZ, so verstanden, wie viel HE wollt ihr auf die einzelnen Ziele haben Ja, FH1, wie viel dürfen wir denn, komm Ähm, das Mörserfahrzeug hat insgesamt 30 Schuss dabei Ja, FH1, so verstanden, ich fordere an, 5 Schuss pro markiertes Ziel, komm OPZ, so verstanden, OPZ führt aus Ich schätze mal, dass da so ungefähr der Bereich ist für den Bunkerstellung Ja, ist bisschen kürzer, aber ja, im Großen und Ganzen stimmt das Ja, warte mal, ich kürze noch ein bisschen auf Ich mach den Punkt, wo es aufhört Äh, hier hört es auf, hinten Ich hab ja mal in der Mauer gebaut Ja Ja, äh, wir hoffen, es macht auch, äh, ist auch spannend zum Zustören und nicht nur der Titel klingt interessant Seiten Warrior hab ich gar nicht gesehen, ah, da ist er, okay, Haben Ja, aber der eine ist da und der andere steht im Osten Ja, genau Im Osten, nichts Neues Ja, das ist, das, das ist eindeutig offensive für Enrico Und wir warten, und wir warten Brava 1, ja, F1, komm Brava 1, hörts, komm Ja, F1, dauert jetzt nicht mehr lange, bis die Mörser-Unterstützung kommt Ich brauche von euch aus Augen auf die Warrior, um dann Wirkung zu benennen, komm Ja, ist so verstanden Blau guckt auf den rechten Warrior, rot auf den linken Warrior Ja, verstanden, habt ihr linken Rechte Ansicht Ich erbreite die Bunkerstelle mit sich Alpha 1, wenn du Wo haben die jetzt hier die Chancen? Wir werden's merken, auf den rechten Nö Ach, da ist was eingeschlagen Ein, ein Treffer Ja, ja Die ersten Keine Wirkung, der erste war auch bei uns Zweiter, kein Treffer Dritter daneben Vierter drauf Fünfter drauf Rechter Warrior, keine Wirkung erkannt Wo treffer, aber keine Wirkung Wir schießen in den linken Warrior, ebenfalls keine Wirkung erkannt Hier OPZ mit in vier Rounds complete Ja Ja, F1, so verstanden Ende Brau 1, ja F1, komm Ja, F1, komm Ja, F1, Frage Status Wirkung in der Bunkerstellung, komm Eine Granate ist rechts direkt eingeschlagen, die restlichen sind entweder links oder davor aufgeprallt Ja, F1, so verstanden Frage, gibt's Waffen in der Bunkerstellung, die uns gefährlich werden könnten, komm Bunkerstellung, für uns, zum großen Teil, du hast Bonnöl verdeckt, wir können nicht genau sehen, was da drin ist Ja, F1, so verstanden Ich rücke jetzt weiter vor und nehme mir die Ziele nacheinander vor und versuche sie zu bekämpfen Rechter Warrior zieht sich zurück Einfach nicht so verstanden Einfach eins Vorschlag für euch, wir haben direkt nördlich von uns geeignete Stellung für euch, wo ihr auch hinterher zurückziehen könnt, komm Ja, einfach nicht so verstanden, behalten wir morgen Kontakt, rechter Warrior wieder hergestellt, äh, es steht jetzt, ähm, fährt am Waldrand entlang und haut immer wieder Bäume um Ja, da steht jetzt 5 Meter weiter links Links unverändert Da steht jetzt eher 20 Meter weiter links Ja, der zweite Warrior ist 50 Meter nach links gefahren Ja, F1, feindliches Fahrzeug, vermutlich Warrior bei Bunkerstellung Es fehlt aber immer noch ein Warrior, irgendwo muss noch ein Warrior stehen Ja, der bei der Bunkerstellung, ich verschiebe mal die Markierung auf den anderen Ne, vier Warriors müssten es sein, wir haben drei Ja, vielleicht ist das russischer Zug, russische Zug Stärke Alles, bravo, komm F1 insert Ich vermute rechte Seite Bunkerstellung noch ein Warrior, weil bis jetzt haben wir nur drei gesehen, ich vermute vier Warriors Ja, F1, so verstanden Da hinten im Wald steht... Äh, Warrior Position aktualisiert, auf Markierung Da ganz hinten im Wald steht er nicht Da vorne steht er auch nicht, da unten in den Bäumen, ne Wenn das... Also wenn die jetzt irgendwie vier Warriors bekämpfen müssten, dann können die eh gleich wieder aufmerzünden Es ist der Weg wenigstens nicht weit Da vier kommen Beschuss Da vier kommen Beschuss Da vier kommen Beschuss Das war ich nicht ausfest Enrico, Status? Blau stand unter Beschuss Grün, Grün Dann wieder Hinterhang. Die wissen, wo wir sind. Nicht mehr da hingehen Ich lieg so schön hinter meiner Stellung Die sind zurückgefallen Die ist nur noch halb so hoch wie vorher, Enrico Ich glaube, das war's für... Nein, er bewegt sich noch Die liegt genug Sani kann gleich die verwundeten versorgen Der Warriors bekämpft, der Rechte, jetzt noch der Linke Ich hab da gerade Infanterie laufen sehen beim Wald Hallo Oh Gott So Ja Ja Konrad, bei dir alles gut? Alles super Enrico ist wieder fit Die mächtigste Waffe, das Firmware Das ist gar nicht so gut Die traden halt nur... Das... Ah, ist jetzt abgesessen Linke Warrior Linke Warrior, vermutlich abgesessen Bravo 1, ja, F1 komm Bravo 1, hört, komm Ja, F1, zwei Fahrzeuge links bekämpft Ja, Schütze beim linken Alpha Ja, beim linken Warrior Ja, beim linken Warrior Ja Ja, F1, nochmal die Frage Könnt ihr die abgesessenen Besatzungen von den Warriors bekämpfen? Nein, das sind 800 Meter Aber rechts neben dem Warrior steht ein PH-Schütze, der angedeckt ist der Schießerrunde Ja, F1, so verstanden Dann, wenn nötig Dann zurückziehen Zum SPZ Ähm Wenn der Beschuss zu stark wird Warum trifft der eigentlich auf 800 Meter fast in seiner scheiß PA? Weil ich den der Carl Gustav hat Die haben die Carl Gustav da, die wir bei den KSK Sachen haben Äh, der PA-Schütze ist wieder da und schießt immer noch auf uns Na ja, er auf den Hang Ich glaube, der schießt da auf dich Ja Ich habe ihm halt zugeguckt Ich glaube, der schießt da einfach zu kurz Nein, der schießt da vorne in den Hang rein, weil ich schaue gerade über den Hang drüber da vorne Ja Dann hat er ja gleich nichts mehr an der Rutsche Sagen wir mal, vielleicht sehe ich ihn nochmal Und er hat getroffen, er hat den Alpha getroffen Ja Auf 800 Meter mit der fucking Carl Gustav Ja Ja Sieht aus, die Schiffe noch high Wenn der PA-Schütze auch bekämpft, das könnt ihr wieder vorweg an den Hang und sich da aufbauen Ich find's mal raus Na ja, warte mal, was der Alpha durchgibt Nichts Alpha für Bravo kommen Alpha insert Äh, PA-Schütze bekämpft Ja, Alpha 1, unklar, es sind mehrere Infanteristen gefallen und einige haben sich zurückgezogen hinter der Hügelkante, komm Ja Ja, okay, verstanden, wir bauen wieder Sicht auf Ja, okay, verstanden, wir bauen wieder Sicht auf Einfach hin, so bestätigt Beim Linken Warrior keine Sicht mehr auf Infanterie Blau bestätigt. Keine Sicht auf Infanterie. Brau1 zu F1 kommen. Brau1 zu F1 kommen. Ja, F1, konntet ihr eventuell nochmal aufklären, das Fahrzeug bei der Bunkerstellung rechte Seite? Negativ, ich vermute nur, dass da ein Fahrzeug ist, weil da ist eine Heske, weil ja, das sieht genauso aus, als ob das eine teilgedeckte Stellung sein könnte. Ja, F1, so verstanden. Dann erstmal zurückkehren zum SPZ, aufsitzen. Verstanden. Brau sitzt auf der Wende. Jetzt wird es aber rausfinden, wenn es durch den Bach hier ist. Ja, das sieht man natürlich gut. Der Antritt herrscht dann halt zwischen den Bäumen. Man muss nicht raten. Genau. Solange du das schaffst einzuhalten, je nach Sicht natürlich, dass du immer zwischen Wanne und Turm schießt, dann reicht die Munition noch. Ansonsten werden wir demnächst aufmunitionieren müssen. Okay, man passt das. Hallo, Bobchef. So, meine Absicht ist jetzt erstmal langsam weiter fortzurücken. Wir haben leider keine Sicht auf die rechte Bunkerstellung und ob da ein Fahrzeug drin ist. Und die wird auch wahrscheinlich nicht viel besser, die Sicht, weil da entlang der Straße sehr viele Bäume sind. Aber ich brauche euch bei mir, deswegen fahren wir erstmal vor. Sobald dann absitzen möglich ist, sitzt ihr wieder ab. Ja, Fahre mit 15 kmh vorwärts Marsch entlang der Straße. Ja, auf, was weiß ich. Ja, auf, was weiß ich. Ja, bei den zwe-, äh, beim letzten Bekämpften haben wir, äh, jetzt keine weitere Infanterie mehr gesehen. Ja, verstanden. Kann natürlich sein, dass es auch nur ein 3er-Zug Warrior sind. Ich vermute, dass die LDF eher vier Panzerzüge haben. Ja, die Frage ist aber, rechnet er mit dem Missionsbau? Bock? Ja klar, der macht das. Der sagt ja am Anfang auch ganz klar an, was zu erwarten ist. Der hat halt bessere Aufklärung als manche andere Munitionsbauer. Die Munitionsbauer? Munitionsbauer? Missionsbauer hab ich gesagt. Ja, meine Munitionsbauer auf jeden Fall. Wo wächst denn die Munition? Aufs Bäum? Oder wie funktioniert das? Naja, die baut, die war angepflanzt. Die sind dann fair trade. Jetzt nicht bei der Mörse, da sind wie Karotten, da schaut man das Leitwerk oben raus, dann muss ich die aus der Erde ziehen. Ich dachte so wie Spargel, dann kommen da so die Kugeln aus dem Boden und dann weißt du, da ist einer drin. Naja, je nachdem was du, was du möchtest, musst du entweder bedecken mit Erde oder lass es an der Sonne wachsen. Also in der Bunkerstellung rechter Seite sehe ich erstmal kein Fahrzeug. Das ist einfach nur eine Hesko-Barriere und dahinter sind Türme. Das ist vielleicht ein 3er wohl, ja, Zug. Oder wir haben noch zwei in den Wäldern vor uns, wir haben ja noch ein paar. Ich weiß nicht, hat der verstärkten Halbzug gesagt oder hat der Zug gesagt? Nein, 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 ein Zug, ein verstärkter Halbzug ist nächstes Zwischengebiet zwischen ZZ1 und ZZ2. Verstärkte Halbzug sind nur die Kfz oder im ZZ2? Ja, das ist ein Zug. Wahrscheinlich Infanterie Richtung 096, also da hab ich was sich bewegen sehen. Feuer rein, zieh los. Setz dich an wie ein MGE. Ja. Hast du ein Boss oder? Was? Ob du was siehst. Noch ein Meter vor. Noch ein Meter vor, verstanden. Was hast du denn für einen Feind vorne? Ich hab jetzt keinen gesehen. Also es war wahrscheinlich nur ein Infanterist, ich weiß es nicht genau. Ich hab nur was nicht bewegen gesehen, ich vermute es war ein Infanterist. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt bekämpft hab. Okay, dann kurz halten, ich muss mal die rechte Waldkante noch mal abschicken. Die Deckung ist jetzt nicht perfekt, aber ich will jetzt nicht weiter vorfahren. Ähm, und wir haben links Rauchentwicklung bei der Bunkerstellung. Ihr könnt entlang der Bäume rechte Seite vorrücken. Habt ihr einigermaßen Deckung und dann könnt ihr in den Bunker eindringen. Links ist auch was drin. Da steht auch ne Panzerabwehrwaffe auf dem Ding. Genau dies. Hallo Schmerzkeks. Ihr seht grad ganz spannend, wie ich grad gestorben bin. Voll cool und so. Konrad ist hinter sich. Komisch, wenn ich mir gerade über 50 wegfetzt, dass ich dann sofort tot bin. Wer hätte damit rechnen können? Ja, Caliber 50 schmeckt nicht, sag ich euch. Ja, Caliber 50 schmeckt nicht, sag ich euch. Ja, blau und grünen Rücken jetzt, äh, ca. 15 Meter vor. Rot bleibt erstmal in Stellung. Und mit. Einmal Deutsch-Rechts, oder? Ich hab links. Passt. Das meinte ich mit den Alphen, kann man nicht so lange. So, 5 Sekmeter ist hier. So raufschließen. Ja, der Raketenwerfer, das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Ja, der kann halt nicht drüberschießen über diesen Netz. Der stand ja oben drauf. Passt auf, dass ich ein Geh auf nicht, dass ich wieder besetzt bin. Ja, ja, ich hab drauf. Das sieht nicht zerstörter aus. Ich hab auch noch links vom Bunker irgendwie Schüsse gehört, aber das kann auch ein Infanteries gewesen sein. Okay, blau, weiter 15 Meter vor. Wir gehen rechts rum in die erste Bunkerstellung rein. Ich vermute links im Wald noch die Infanterie von den Warriors. Also blau, 15 Meter weiter vor. Gut, auf geht's. Achostik im Bunker. Rot, auf fließen direkt an die Mauer vor. Rechtsseite vom Bunker. Rot. Autik kommt linksseite vom Bunker. Keine Infanterie, linke Bunkerseite. Eine bekämpft. Rot, gleich rechts überschlagen, vorher an die rechte Bunkerseite. Geil auf den linken Bunker. Kann man kurz Stellung beziehen, wir springen danach und überschlagen euch und gehen dann rein. Acht, dann passt auf links auf. Hinter dem Warrior ist ein Durchgang. Ja, der war nicht einsehbar von hier aus. Okay, dann blau aufschließen, rechts umfassend um rot rum und einen reinen Bunker. Mein Wald sieht auch frei aus, ja. Ja. Der trifft mich. Ja, mich hat er auch getroffen. Aber die halten halt auch Unmengen aus wieder. Den Kopf getroffen. Sonst dass ich nicht bewusstlos werde. Ich weiß auch nicht, was die vier komische Waffen haben. Sonsten sieht's frei aus hier. Ja, richter Bunker ist frei. Okay. Okay, dann wieder zurück. Ähm, Westseite rum und dann links rein. Okay, dann hier nicht zu. Wenn noch jemand Sunny braucht, dann jetzt bellen. Ja, ich kann nicht mehr laufen, ich wurde am Bein getroffen. Ja, wo bist du denn? Ja, komm mal hier ums Eck und dann machen wir es kurz. Sekunde, dafür hört dich aus, kannst du mich auch noch kurz machen. Mhm. Dann mach ich mein Tor so mal zu. Ja. Der Bein ist schon dicht, der Tor so ist ja in der Kleinigkeit. Tor so ist zu. Ja. 10 Sekunden. Bist du ja fit. Was ist es wegen der Kleinigkeit nicht mehr laufen? Akustisch Fahrzeug. Oh, 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 oh. Ich war ein Fahrzeug aus. Wann hat du dich fit? Ich bin fit. Ja, habe ich jedenfalls akustisch. Ja, F1, wenn er über die Kuppel kommt auf Straße, dann haben wir ihn. ich guck mal rechts vielleicht sollte man generell dahinter bleibt hinter, bleibt hinter, wenn das kommt, dann lasst es der Alpha machen, außer es fährt hier rechts vorbei ja, so zieht es wieder Mecker maximieren, drei Sekunden und fertig bleibt mal hinter der Stellung hier ich glaube, wir schaffen es nicht mehr in der Stellung rein, das ist jetzt zu spät ich wäre auch offen nach hinten der fährt über links, über die Hauptstraße einer guckt links, einer guckt rechts ich bin links, ich nehme links ok die Kanone vom Alpha ist down ja, Alpha 1, kampfunfähig, Kanone, ihr könnt übernehmen Richtung 039 kommt auf die Allee kommt auf der Allee runter ja, ich hab den Höchststahl, macht die Struktion für Konrad frei kommt dann direkt hinter der Hauer also, ich seh wo siehst du ihn, Enrico? ja, ich seh 200 206 Meter Feuer frei, Enrico Feuer frei ah ok hört sich gut an Treffer und Rauch Besatzung, sie steigt auf, geht nach rechts weg eine Warrior bekämpft Besatzung schießt auf uns legt euch nicht für die Besatzung an, bleibt hinterm Hügel, wartet bis der Alpha wieder da ist, er kann die Besatzung leichter raus noch mehr als nur die Besatzung, glaub ich wenn ihr auf und zukommt, dann ist das ok, dann gehen sie über das offene Feld, wenn nicht, dann lasst sie da oben, dann nehmen sie die Alpha raus glaubt euch eine Stellung, Enrico die Alpha 1, soweit wieder kampffähig, wir rücken fort zur Bekämpfung und Besatzung abgesessen Verstanden, ich vermute auch, dass da die Infantrie abgesessen ist, also rechnet auch mit PA-Schützen Sollen wir dann hinterm Alpha rüberspringen auf der andere Seite? Wartet erstmal bis der Alpha Ja, wir warten erstmal, ich glaub der Alpha fährt gar nicht vor hier bis vorne, wir müssten vor dem Alpha gar nicht springen Der Alpha 1, feindliche Infantrie nach rechts hinter den Hügel, abgerückt, keine Sicht mehr, kann nicht weiter vorrücken bis Bunker gesichert ist Ok, dann blaue links aufstellen, wir springen gleich rüber auf die nächste Bunkerstellung Sind soweit Ja, boah, ist das rechts? Rauf, hier rechts so Maxi, du gibst das Go, dann springen wir Ja, ich gebe euch das Go Warte mal, Rot Ja? Kommt mal hier nach links, ihr springt dann in den Warrior ran, sichert dann Richtung Südosten und Blau springt dann vor euch rüber in den Eingang Na dann Dann Rot rüber zum Warrior Was war das? Irgendein Einschlag Richtung Osten Dann Blau rüber und Eingang in den Dann blau rüber und Eingang in den Können wir hinter? Ja, Rot Er müsste vor dem vorbei Ja, alles gut Achtung blau Kreuz Achtung blau Kreuz Denk kürzer Sehr gut Sehr gut Geh rein Wo ist der denn verschwunden? Im Boden Der Shadow Realm 2 Er hat been banished to the Shadow Realm Ja, Bunker ist gesichert Bunker, Stellungen gesichert, Alpha Ja, Hefein, so verstanden, wir rücken vor Dann müssen wir wahrscheinlich noch warten, bis der Nehre sich verzogen hat Ja, Tico, willst du die andere Pär oder holst du der einfach eine? Wir warten, wir werden wahrscheinlich gleich wieder aufsitzen Ok, passt Seid mit 2.0 Ach, ne, da war die Jode Da Jode aber nicht mehr zu Brau 1 für F1, komm Brau 1 für F1, komm Brau 1 für F1, komm Ja, F1, wir fahren jetzt über Straße, ihr könnt euch direkt hinten anschließen Also, mit euch mitlaufen oder aufsitzen? Erstmal mitlaufen Nehmen wir am besten die Bäume links-rechts noch, oder? Ja, wir nehmen, bleiben so, keine Ahnung, 20 Meter immer in Alpha und nehmen die Bäume links-rechts Ähm, rot geht man auf die rechten Bäume, blau auf die linken Erst nicht rechts ist der Infanterie weggelaufen, da wir wahrscheinlich am ehesten Feind kommen Auch sich nach links bewahren, nicht dass da noch ein Fahrzeug steht Hast du Häuser voraus? Ja, aber die sind nicht bei uns im Gefechtsstreifen Nicht? Dann vorne bei Ralfall Aufklären, links und rechts in den Wäldern, nicht das da Infanterische Ich hol mir mal eine PA Positiv Ich seh halt kaum was, weil ich noch hinter der Hügelkarte bin Weil rechts sieht gut aus Ja, F1 mit Lage Ja, F1 mit Lage, Info Wir haben hier ein totes Besatzungsmitglied rechts vom Fahrzeug Sonst keine zu erkennen und auch keine aktiven Infanteristen Haben bereits Sicht auf die nächsten Ziele entlang der Straße Ja Ja Die Bauer rückt mal vor bis zum Warrior Frog auf die Höhe Verstanden? Brau 1 zu F1 komm Ja, 1 zu F1 komm Ja, F1, ihr seid ja schon auf der linken Seite Dann versucht mal über die linke Baumreihen Seite Sicht auf die Gebäude zu bekommen und ob da irgendwas steht Verstanden Lohle kann auch gleich nach links kreuzen Gott folgt Das war auch bei der Bus an der Stelle, ich vermute, dass da was drinste Ja, ich... Schaue Die sind zu uns Keine Ahnung, zehn Meter da, wo... Genau da, wo Wanker der Stehen und guckt nach rechts Ich hatte glaube Bewegung in Richtung 114, bin mir aber nicht sicher ob das Bewegung war oder einfach nur ein Grafikpack. Was ist denn das hinter der Bushaltestelle? Achso? Ja, da steht irgendwo rechts von der Bushaltestelle steht irgendwas. Ja, aber was? Ich sehe das nicht. Ich könnte das nicht erkennen, was das heißt. Ist irgendein Turm oder so? Ja, einfach eins, aber wir können es nicht genau identifizieren, wir würden jetzt einfach mal raufschießen und gucken wie es reagiert. Das ist ne Lösung. Ja, so verstanden. Vielleicht ist das ne Drohne, das kann auch nur ein Baum sein. Ja, das ist ne Schütze, glaube ich, oder? Ja, ich... ne... das ist irgendwie was... Irgendwas Mechanisches ist es, ja. Ne... Es spritzt nicht. Es spritzt nix, ja. Ne... Es ist nischt. Das ist nur ein Baum oder so, der umgefallen ist. Ja, einfach eins, also unbekanntes Objekt, keine Wirkung erkennbar. Ja, vermutlich nur ein ungestützter Baum oder irgendwie in der Richtung was. Ja, eigentlich ist das ja nicht unser Ziel, nur die Busfahrtestelle halt. Ja, bravo eins, aufsitzen. Ja, jetzt hab ich aufsitzen. Hallo, Card? Ja, ich hab auf der Karte. Ja, ich hab's jetzt. Wir fahren hier erst von der Straße rechts raus und fahren dann eher auf der rechten Seite lang. Und ungefähr, ja, bis hier zu der Querstraße ungefähr. Okay. Und dann gucken wir hier rein erstmal und dann gehen wir auf die linke Seite über, damit wir dann nördlich an den Wald rankommen. Verstanden. Los. Aber das ist erstmal circa... Richtung 113. Mit 15 kmh. Dann hier. Dann hier linksseits vom Baum durch den Busch. Dann hier linksseits vom Baum durch den Busch. Dann hier links oben fahren und dann halten. Halt. Feindlicher SBZ 103. Ja, schön zwischen Turm und Wanne. Weiterschießen. Weiterschießen. Nicht aufhören. Und raucht. Feuereinstellen. So, dann mal markieren. Warrior bekämpft auf 103. Äh, da ist noch ganz viel... Relativ viel Fall. Welche Infanterie? Frage ABM. Koko, hörst du mich? Ja. Ja. 103, Entfernung Kicker. Entfernung 650. Ja, jetzt kann ich jetzt nicht mehr auf Infanterie. Dann kannst du trotzdem reinschießen. Die sind da überall. Und du bist noch ein bisschen zu kurz. Du musst noch ein bisschen weiter lasern. Ja, so sieht gut aus. Schieß noch einmal nach rechts und dann hältst du der Feuer. Ja. War Warrior ist markiert. Sehr gut. Ich hab noch einen. Ja, jetzt links heißt War Warrior. Wahrscheinlich... Weiß nicht, ob ich den... Er sah so aus, als würden wir da hinfallen. Fahrer, langsam weiter vor. Der Schütze bleibt auf das Ziel. Wenn da noch welche aus dem Wald kommen, machst du so gleich weg. Und ich guck links in die Häuser rein. Ich hab noch 80 Schuss APM. Verstanden. Okay, das war tatsächlich nur ein Sturzerbaum. Querstraße erreicht. Querstraße erreicht. Linksseits keine Ziele erkennbar. Wir fahren... Wir fahren... Ja, da war jetzt noch welche. Wurdenbaum buselt. Ja, du kannst selbstständig weiter feuern, wenn du sie siehst. Fahrer macht links um auf 087 und dann wieder vor mit 15 kmh. Ja, jetzt hab ich keine Sicht. Ja. Wir kommen gleich wieder höher. Musst du aufpassen. Und jetzt hab ich aufs Mg wechseln. Ich hab halt nur noch 74 Schuss APM. Ja, bestätigt. Das ist zu Flitze. Bock. vermutlich richtung 1 1 3 art schützer hoch unterschied gegen den baum muss tiefer der ist unten weiter unten weiter unten viel weiter unten ja da ungefähr in den bäumen ab doch mal auf abm um und hau mal noch drei dinge rein siehst du danach von rechts nach links laufen 114 114 ist er gerade von rechts nach links gelaufen und jetzt läuft weiter hinter dem baum und kommt jetzt gleich an der stelle raus wo du gerade schon hingeschossen hat wir sehen nicht mehr welche momentan auch nicht fragen wieder im game bestätigt was das nicht auf dem was jetzt machen wir es jetzt folgendermaßen die infanterie sitzt das gleiche links ab und geht entlang der bäume und wir fahren vor mit 15 km h ihr hinterher ja wenn ihr deckung braucht dann halten wir an dann könnte direkt zum spz und ansonsten weiter vor p a p a auf 111 ihr könnt schon mal absitzen und durch links bei dem baum sammeln ja links wenn du da bist du da ist und ab verheilt euch bevor das dringend schießt hinten frei ich bin wieder ptsd wenn ich einen ph schütze ist schon oft genug abgebrannt und bis 11 uhr du bist an der stelle halt aber ihr könnt doch bis zum baum wuschel gehen wir haben erstmal alle linkssides wenn der link ist wenn der alfa vorbeikommt können wir theoretisch auch die rechte wechseln aber ich glaube wir bleiben trotzdem linkssides ich habe rechts ein bisschen die schlusset ja verheilt die info da wo wir gerade hinschießen ist ein p a schütze ein anschlag wir können ihn aber nicht richtig bekämpfen ja wir sind ja auch nicht von uns aus ist er durch bäume verdrückt ja fh1 bei uns ebenfalls wir fahren jetzt vor mit 15 kmh ihr entlang den bäumen uns folgen blau wechsel immer nach der rechte baumreihe wird wir gehen linkssides an der baumreihe durch ca 20 m ca 20 m im alfa auf weiter jetzt nochmals so ein rudel linkssides Geil im Lüste Blau für die Stiftung von dir fährt Ja, den noch Maxi Okay, am Waldrand Am Waldrand wechseln rot und grün die Seite Dann zu rechts zu blau Alfa ist da zu schnell, wir fallen zurück SPZ Held, Infanterie, Sprung auf Wald Straße kreuzend Blau direkt weiter, links zum Alfa vorbei und dann fort zum Wald Das einzige was so schlimm ist, das Wahlkampf gegen LDS Mal da langsamer, wir bilden Rudel Blau bleibt mal links an der Straße, rot und grün Also grün bleibt in der Mitte, rot geht rechts Achtung, wir haben noch einen PH-Schützen, vermutlich irgendwo Richtung Südwo Schütze bekämpft, blauer Status Grün, grün Äh, ich glaube Niko ist am Boden Da haben wir den Rico, ja Wir werden sich dann erstmal ins Vorfeld Niko wird mal hochgehoben Und wenn Niko wieder wach ist, dann gehen wir weiter Schütze habe ich bekämpft, das war eine Besatzung, glaube ich Ja, sieht so aus wie eine Besatzung Ja, sieht so aus wie eine Besatzung Durchgestrückt Ja, da hat schon ein bisschen was im Kopf Ich steh ein bisschen Warum sehen die mich, aber ich mich nicht Nicht normal Hatte sie am Rammis-System irgendwas geändert In letzter Fall? Oh, das war glaube ich eine PH Ja, bestätigt Links, von links Ja, weil ich dann einseitig Ja 1, 1, 8 Einer bekämpft Okay, wir haben Feinde Richtung 1, 1, 6 Im Wald Also ich wurde getroffen Richtung 1, 1, 5 Mmmmm 1, 4 1, 5 1, 4 1, 5 1, 5 3, 4 1, 5 Langsam auf Holzmarsch Abschuss per Es kam Richtung 095 Schwenkt mal Richtung 100 Ja, der schwenkt den rechts aus, der schieße in die Mauer Schütze vor uns Schütze vor uns Schütze vor uns 1-0-2 Bekämpft Ja, ist mir keine Gefahr, nächstes Ausschau von der Mauer Dann weiter vor Smurf Ab Waldrand selbst schon nicht gehalten Gleich geht die Waldzungen weitergehen, bis zum Waldrand Ja, verstanden, sobald wir stehen, bräuchte ich einen Sunny EBA schützt sich Richtung Sieht aus wie ein Fahrzeug, 800 Meter Richtung 1-2-1 Ich glaub das ist ein SB9 Konrad, wenn du kurz stehen bleibst Ja, okay Ich kann dich direkt entfernen Ja, okay, passt Wir haben nur 10 Sekunden drauf Oh nein, unser Sunny System ist nicht broken Jo, bist mit Ja, geh mal ein bisschen zurück Der Abgeordneter hat genau rechts von dir getroffen Ja Rico, alles gut Mhm Siehst du was? Ja, zwiebelisten Der SB9 markieren, von meiner Position aus Richtung 1-2-1 800 Meter Ich hab den abgesessen so erkannt Äh, da können wir aber nicht vorfahren Um den zu bekämpfen Dann müsst ihr noch prüfen, ob ihr den bekämpfen könnt Da vorne ist ein Infanter 843 Meter Ist von mir 1-2-2 Oh, der hat geschossen Oder ist das ein Fahrzeug Herr Maxi, sollen wir versuchen, oder was machen wir jetzt? Ja, das ist der Da ist BG9 Erstmal warten Ja, von uns aus ist er 1-2-2 Ja, ich hab ihn im Visier Aber weißt du, 800 Meter ist halt scheiße Mit dem G 36 Ein Treffer Noch Treffer Nein, der war daneben, der auch Der war davor, der hat Ja 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 Ja, ich hab ihn im Visier Ja, ich hab ihn im Visier Feuer Ich wollte nach Maximilian der Schießrad bekämpft aus ist wieder besetzt ist wieder besetzt ich bin leer also sehe ich ihn nicht ist leer es war ein jeep der entfernt sich jetzt ist in die ortschaft zurückgefahren ja f1 aus meiner sicht war der schütze bekämpft ja bestätigt schütze bekämpft fahrzeug hat sich zurückgezogen ja f1 dann so bestätigt frage ist der wald gesichert dass er weit gesichert werden kann ja f1 so verstanden wir fahren bis zum ende des waldes vor und nehmen erstmal sicht auf die ortschaft in richtung 101 haben wir noch einen zivilisten der hockt zwischen zwei häuser hier hast du denn mal ähm nein alles gut nie auf uns geschossen er hat immer nur auf euch geschossen ja 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 naja ja AF1, so verstanden Jetzt ist mein Zivilist weg Ja, der hat jetzt Angst Brau1, ja AF1, komm! Brau1, halt, komm! Ja AF1, Frage, Aufklärungsergebnisse auf Ortschaft, komm! Nicht Keine Ja AF1, dann aufsitzen Aufsitzen Warte, wir fahren gleich nicht über die Straße, sondern linksseits Trip sitzt Genau, einfach Richtung 1, 1, 4 Ok Ich versuch das jetzt mal Langsam vor Ja, ich versuch das mal Das ist ein Triggergedrag Kontrollways, ne Das macht er nicht Er fährt 15, das ist wie mit Begrenzer, Begrenzer ist aus Ja, ist ok, da ist eine Straßensperre auf der Straße, da kommen wir dann sowieso nicht lang Oh ja Ja Ich wollte ja da nicht unbedingt die Pischung fahren Ja Ja, der kann ja auch mit Begrenzer 15 fahren, das macht nett Gott, der Umweltschütze Ja Ja Stimmt, das ist 10 Hör die Begrenze an Ok Fahrer halt Mhm, halt Feindlicher Warrior bei 089 weit 2200 Meter Ja Da hinten im Wald, oder wo soll der sein? Das ist ähm Wo ist, was siehst du da hinten da? Müsste der Wald hier sein, Maxi Richtung 089 Ja Dann ist es der Wald Ja Dann ist es der Wald Ja, ich hab ne Nebel Den markieren wir jetzt erstmal Konrad, machst du das? Äh, du musst mir die genaue Richtung und Entfernung nochmal sagen, das hab ich nicht gehört Also Richtung ist 089 089, ja Und 2200 Meter 2200 Der steht quasi am Waldrand Passt Da steht er hier irgendwo 1200 Ja, der steht da direkt an dem Knick in der Straße, eigentlich Das sind links davon So, dann hatten wir ja irgendwie Zivilisten hier links im Bereich bei der Kirche, aber die sind jetzt nicht mehr zu sehen Genau, die sind weggelaufen, als ihr auf das Fahrzeug geschossen habt Ne, mit Tamasa ich ihn auch nicht Dann musst du deine, deine, äh, Sichtweite umstellen Das habe ich eigentlich Komisch Komisch Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Ziele, dann Fahrer mit 30 km h vorwärts Marsch Ja Ich hab hier eigentlich auch so 6000 oder so irgendwas gestellt, so ich meint ein Begrenzung Jo Alles gut War ich die Objektsicht, weiß ich auch so hoch Ja, 30 km h vorwärts Marsch Achso, ja 30 km h vorwärts Marsch Jetzt wo ich mich in meine Grafik rein fokussiert sehe ich, ich hab Wolken erfolgt oder kann ich eigentlich auch mal wieder aufstehen? So, bravo, meine Absicht ist es jetzt, wenn ihr in die Ortschaft einringt, dass wir erstmal aufmunitionieren Das heißt, macht dann erstmal langsam Ähm, weil ihr dann erstmal keine Unterstützung durch uns habt Musst wir noch einen Rally Point setzen So, wir müssten wahrscheinlich am Gebäude 1 ran, ne? Fahrer halt Fahrer halt Das müsste... das hier sein Fahrer links um auf 096 Mhm Hat man in der Rheinlink-Gruppe fahren Und vorwärts Marsch Von hinten Genau Ost Ok, weil Scooby nicht gekommen ist, haben wir auch keine Sprengladung Ich kann die Mauer platt machen Frage durchführen Ähm, den Zaun meinste Das ist nur ein Zaun Das ist nur ein Zaun Da sind auch Löcher drin, brauchen wir nicht platt machen Na gut Das ist links ein Loch und rechts ein Loch Am besten ihr geht nach links Fahrer halt Schütze voraus Meint mich Herr Schütze Direkt auch safe Ja, dann hauen weg Ja Drück Fahrer halt Fahrer halt Fahrer halt HALT Jo, halt Alucard, stell mich lauter Oder irgendwas musst du machen, damit du mich hörst Ich hab dich ja lauter Schütze ist Richtung 090 hinter der Mauer Infanterie links ab und vorrücken Okay, links War es durch eine ABM hinter die Mauer? Wir sind jetzt hinten auf dem Feld Ja Ja Hilft nix Dann frei So, genau an die Mauer Äh, an den Zaun Gleich über den Zaun drüber Und dann das erste Gebäude Alfa, wir sind jetzt am Gebäude dann Links, wahrscheinlich vor uns in der Scheune Feind Lode bleibt linksseits Klar geht rechts zum Gebäude Akkus, Helikopter Helikopter Ost Marost Zu Fluch Überfluchen könnte Schon drüber Jetzt drüber Huey bewaffnet ungelenkt Raketen Das ist links, glaube ich Südwest Dreh, kommt wieder ran Ja, das ist links, da kommt dran Direkt Süd, Alpha Anflug aus Süd Süd Da kommt noch Da kommt noch Ja, klar weitergebäude sichern Schmelt euch wieder Um Rechte Eck Und dann sichert das Gebäude halt nach vorne du kannst reingehen ich habe vorne ihr könnt nach links oder kann man rechts rum kommen zu mir links der raum ist frei ich glaube da kommt wieder genau so ist ein weiterer helikopter kam durch die wand okay das nächste gebäude sichern ja ich mache jetzt durch die tür der ist durch die tür gekommen ich habe auf die richtung von maxi geschossen nicht in der richtung wir sind immer noch helikopter der verein zwei helikopter bei euch abgestürzt ja ist nicht aufgefallen wir sind noch aktiv ist im nächsten compound heruntergegangen ich würde mir jetzt rück ziehen möglichkeit hier f1 so verstanden dann ziehe ich gleich zurück zum aufwohnen zu gehen maxi fertig enrico ich mache es bei dir weiter kurz das gebäude 2 es bleibt gleich zu heimdall gehen und ihm helfen okay unterstütze ich mal also einer war hier direkt an der mauer ist vorgekommen hier mache ich ein trap andere eingang andere eingang ist rechts über die straße aber das ist dann auch wieder beschissen bei 4 meinst du oder was rechts audio vermutlich in 4 drin da steht ein ph schütze rechts bekämpft 2 war ein truppführer auch dabei ja ein ph schütze und ein truppführer waren das dann blau oder grün ist dann könnt ihr eindringen wir gehen rechts rum und sichern gebäude 4 zuerst boot bleibt gleich hier im durchbruch ihr sichert dann noch links Richtung 3 sind wir soweit ok dann ich gehe links blau wir können euch nicht da liegt einer drin kaputt oder am leben ne tot ok er hat gleich das gebäude 3 hat er mich getroffen aber 2 bekämpft naja ich hab den auch gesehen hier durchs fenster auf den habe ich auch geschossen hier ja ja aber da standen halt 2 blau aus gebäude 4 sicherung aufbauen rot wir können gebäude 3 nehmen verbind mich kurz beschoss es kommt aus nächsten compound grünes gebäude grünes gebäude oben im fenster bleib hinten bleib hinten und rap genau da schießt er gerade rein das wäre jetzt bisschen unklug schießt er schießt er ja der war im fenster drin ist jetzt wieder weggegangen ah ne drohne ich habe eine drohne oder idap ist das eine unbewaffnete ja das ist eine unbewaffnete ok das ist eine idap drohne Auauauauau. Ja, ich hab' aber richtig mehr! Der ist noch ein Compound. Er kämpft. Das ist wieder durch die Mauer, ist wieder durch die Türgang durchgegangen. Also wir haben direkt die IDAP da Richtung bei der Kirche. Ich bin mal kurz 20 Sekunden beschäftigt. Ja, alles gut. Pack' mal Munition um. Ich sicher dich hinab. Ja, bevor wir weiter sichern äh... Äh, wenn's geht, bräuchte ich Sunny. Ja, der kommt gleich zu dir, weil ich das Handwerk hatte, ich bin Verstanden 2, 2, 1 Fertig Wäre natürlich clever gewesen, das angefangene Magazin rauszunehmen vorher Macht er doch normalerweise automatisch, oder nicht? Echt? Also früher hat er dir die Waffe entladen, wenn du angefangen hast Pack auch mal um in der Zwischenzeit Ich hab gar nichts zum umpacken, okay Aber meint So, ich komm rein zu euch Jep Platz macht So Ach, da kommen wir direkt erste Hilfe, 10 Sekunden Ja, ist gut, ich hab mich schon selber verbunden, aber der eine hat halt Der eine rechts hat mich halt überrascht, weil es da stand hier einer im Eingang und rechts daneben Ausstieg nicht rechtfertigen, dass der dich trifft, ist schon okay Da ist ein Bus quer in der Klaude, da komme ich schon wieder nach Flashbacks Ah, da, ich seh ihn, ich seh ihn auch Verkämpft Einer ist nach links gelaufen Am nächsten Durchbruch waren die Feinde, falls ihr sie nicht gesehen habt Ja, ich hab ja links den Innenhof Ja, dann blau, versucht mal ihr Gebäude 3 zu nehmen, wenn ihr die Grünen seid Oh, okay, auf geht's Links Audio, warte mal kurz, vielleicht läuft der links beim Helikopter rum Darauf warte ich auch grad Das stehe ich im Mittlerfeld, was soll das? Das heißt nicht, dass du da stehen bleiben musst, du kommst in einer Deckmotion Wir haben Zivilisten voraus, passt auf, wenn ihr da durch den Durchgang schießt Okay, nee, der kommt nicht durch den Durchgang, dann blau geht man zu Gebäude 3, passt aber auf, der ist wahrscheinlich da bei Gebäude 7 links um die Erke Der ist ein Gebäude 7 drin oder links um die Erke am Helikopter Geht hinten an der Mauer vorbei Ja Hi Nach rechts, langsam nach rechts Heiner, wenn du zu mir ins Gebäude kommst, dann kannst du gut abdecken nach links Jawohl Keine Schützen aufgeklärt Ist er wahrscheinlich drüber hinter der Mauer Ja, einer ist nach links weggelaufen Ja, da war ich zu langsam Das Gebäude hab ich schon ewig nicht mehr gesichert Dann Gebäude 7 sichern, unser nächstes Blau Dann, auf geht's Scheiße Moderne Technik Unten ist frei Da oben sah auch aus Wenn jetzt ist er eigentlich eher noch in der Ecke liegt Oben ist es auch frei, passt Wenn du zuerst Die Halle hier hat es zerrissen Du kommst hier auch nicht raus. Fahrzeug, Fahrzeugaufschlose. Ich glaub das ist ein Jeep. Ja, hört sich an. Bist du da bei mir vorbeifahren? Wow. Hat angehalten von mir. Ja, irgendwo Süden. Da sind mehrere aufgesessen. Keine Waffe. Ich glaub wir haben sie alle. Ich glaub, prüft das mal. Gibt's da einen Durchbruch Richtung Eis? Ja, einer auf der Landweg ist mal aktiv. Denk dran, dass hier nur einer in der Mauer schützt. Ein weiterer aktiv. Fein hat genebelt. Einer bekämpft. Ja, das sind vier bekämpft. Hast du ihn? Ja. Das war der Schütze von vorne, der auf links gelaufen ist. Ich hab noch einen bekämpft im Nebel. Das war ein unbewaffenes Fahrzeug. Ich werfe noch eine Granate in den Nebel rein. Ich hab da noch einen bekämpft, aber man weiß ihn nie. Ja, das wüsste eh. Ich bin zweit weg. Zivilist T, Zivilist T, Zivilist T. Ah, das Fahrzeug bekämpft. Okay, der weg. Blau, wieder hinten raus aus dem Compound. Dann prüfen, ob wir über die Straße springen können und Gebäude 6 sichern. Ah, SBG 9 hinter der Mauer? Das ist genau in SBG 9 hinter der Mauer. Richtung... Oder das grüne Gebäude ist rechts davon bei Gebäude 3. Mach einfach eine kurze Markierung, Maxi. Zivilist ist wieder links. Ah, was sind... Jetzt wirds lustig. Weiteres Fahrzeug! SBG 9 fährt, glaub ich. Ja, das ist der SBG 9 Schieb. Der kommt einfach von der Straße raus. Ja, er fährt einfach weg. Ich wollte grad sagen, ja. Gebäude 6 ist ne Ruine. Okay, dann Gebäude 6 nicht sichern. Dann wieder hier an die Mauer rankommen. Aber schießt er von rechts hinter uns. Ja, das waren wir. Ja, wir haben den gleichen Zaun wie die. Jetzt verstecke ich das erst. Ah, die Waffe war unbesetzt. Ja, weil ich die rausgeschossen hab. Aber ihr könnt dann wieder in den Compound kommen. Durch den Mauer-Durchbruch, wo ihr vorhin die Gnade geworfen habt. Weiter zum nächsten Compound. Gebäude 3. Dann weiter zu Gebäude 3. Rohde sichern mal die Straße ab. Wir gehen hier rechts rein. Ey, das glaubt mich immer. Rico? Gut. Hunter bin rechts hinter dir. Rico? Kommt grad. Kommt grad. Ah, da ist er kommen. Ja, da bin ich mal weit. Ja. Ich weiß nicht, was du für den Weg genommen hast. Durch den Compound. Okay, ich halte dich hier links vom drüben Gebäude. Ja. Frei aus fürs Erste. Ja. Ist frei. Hier ist offen. Da war der Schütze drin, der vorhin auf uns geschossen hat. Hast du den bekämpft? Nee, ich weiß nicht. Der hat auf uns geschossen, hat sich dann wieder verzogen. Der war oben, ganz hinten drin. Oben, links. Okay. Ich mach mal unten auf. Unten sieht gut aus. Unten ist frei. Ja, durch das Fenster geschossen. Genau, wo du gerade daneben stehst. SPG9 schießt wieder. Ja, einschlag weit links von mir. Ja, Gebäude ist frei. Dann aus dem Gebäude raus. Nicht, dass du SPG9 hast hier. Markieren. Genau, hast du schon. Markiert. Dann blau wieder zurückfahren. Straße kreuzen. Die nächsten Gebäude sichern. Rechtsseite der Straße. Ja gut, da geht's rein. Ähm. Ja, aber da ist der SPG9 irgendwo. Achtung, Nebel, die Straße. Helft dir. Noch ganz links. Ganz rechts. Laufspinger ist gleich auf die rechte Straßenseite. Dann sichert da die westlichen Gebäude grün. Achtung, der SPG9 schießt, sind wir uns auf die Busse. Ich hab's nicht erwischt. Da auch wenn die Busse explodieren, dann glaube ich, machen die mehr Schaden. Der Nebelwand steht jetzt. Der blaue kann überspringen, wenn der Nebel steht. Ja. Oder er kann gleich blau unterstützen. Ab, die schießen durch den Nebel durch. Also wir können nur hoffen, dass wir uns nicht treffen. Los. F. Eins geht. Der SPG9 ist wieder da. Der Blau ist drüben. Ok. So. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße hier durchsichern. brau 1 rf 1 kommen oder rf 1 wieder im gefechtsfeld angekommen wir strengeln uns durch die gebäude kommen wir was alleine machen 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 wir mal die scheune und den rest ist ja der rf 1 so verstanden frage kann man die straße irgendwann wieder betreten oder ist da alles gesperrt kommen die straße ist durch die busse versperrt da ist ein kleiner spalt bei den bus aber ich glaube da kommt er nicht durch spg-9-cheap bekämpft war westlich von uns da ist immer noch was das ist immer noch der spg-9-cheap entlang der straße siehst du den da der war noch besetzt ja der hat mich jetzt getroffen der ruhe und so es ist sonst zu viel maxi für uns hier zum sichern ich glaube es reicht auch doch komm mal rüber verstanden vielleicht noch das nehm ich den weg den ich genommen hab oder rot bleibt drüben ist sicherer nein nur noch das gegenüber sichern ja 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 gut wir nehmen nur noch das backstein rot ja nico wir lassen die gebäude die sind nicht im gefechtsstreifen woche loch in mauer einfach der spg gefressen und da kommt irgendwo nur mit dem schützen über die mauer gebäude grün 1 und 2 sind frei ok ok aber versuch mal nochmal die gebäude da äh hinter uns zu sichern vielleicht können wir es jetzt schaffen also die waffe sehe ich aber ich sehe den schützen der fährt wieder weg achten guck auf die straßen naja fährt wieder durch den compound zurück aber der schützt es raus da hinten im fenster ist einer wo da jetzt gerade rausgefahren ist da im fenster hockt einer ah ich sehe ihn ich sehe ihn genau durch genau durch den ding du könntest den treffen maxi mitdecken ja du hättest dafür die passende waffe dann sichert ihr mal hinten wieder die gebäude wo geradeaus geradeaus durch den siehst du das hinterm zaun ja gradzahl durch den durchbruch 75 muss haltern 075 spg schütze bekämpft ich habe den schützen auch noch im fenster der fahrer bekämpft du bist auch verletzt maxi gut wir schauen uns noch die gebäude dazwischen an kurz über die camp über die vier äh rot war sie mal dahinten mach das schon mal bereit über die vier zu nehmen rot mit naja ganz so fast komplett durch ich glaube mit mir geht es dann weiter ja eben deshalb meine ich ja jawohl oh ist ne taverne na dann bleib dann mal hier ja no ja 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 gut aus auch gut aus eines der neuen schweizer bekämpft das war vermutlich der der noch die gebäude zwischen grün 1 und 2 sind jetzt auch gesichert dann blau sich ihr noch die roten gebäude vor uns dann können wir wieder geballt nach links springen und mit blaue und mit rot weiter folgen bis nach links geguckt und da war nichts im gebäude 4 also hoffe ich mal dass die das auch so bleibt du hast ja wir haben die alle in sicht schließt nicht als den zivilisten dann noch gebäude 2 aber ich glaube das ist ein unterstand das weiß nur ein unterstand also okay dann verlegen wir zu zu rot und dann bewachen wir rote kann man auf gebäude so wurde kann gebäude 4 sichern wir sind rechts als an der straße am durchbruch und überwachen euch wenn rote gebäude 4 gesichert hat dann springen wir wieder rüber und sammeln uns mit rot auf der linken seite rot geht rein und blau schlose kreuz da kommt mir hinten wir gehen über hinten schlose kreuz sicherung auf rot 3 steht der wankele ich drück dich raus kannst du mich entbehandeln aufbehandlung 10 sekunden schön fast tot konrad fertig ja fast tot ist übertrieben bisschen blut verloren bei karlsberg habe ich immer ein sunny bei mir da bin ich eigentlich immer ok hat er dann in seinem pocket sunny die grünen dinger sind die grünen toren ja ja toll Maxi ist fertig Enrico wie sieht es bei dir aus du bist ja auch gut alles fertig schlose mal das tor auf blau kann das gebäude sichern und rot macht links und rechts die nahsicherung ums gebäude rum gut wir gehen direkt rein ja rein da ich verleg nach links an ihm auch so blau und grün liegen aufs gebäude schlose bleibt links und rechts die nahsicherung und er kommt dann auch wenn wir euch rufen ich glaube nicht dass wir das noch gehört haben gar nicht funktes jetzt nicht mehr hallo das ist meine tür nicht jede tür geht auf da ist kein raum drin da siehst du hier die geht auf ah ne das ist die gegenüber ok einfach fragen ihr könnt über den Zivilisten überwachen ja alpha 1 wir haben Sicht über Zivilisten auf Straße aber hinter dem Lkw keine Sicht mehr ach das ist die dreistöckige Schule das ist die schule das ist die Schuhe das ist die Schuhe der letzte habe ich ja schon mal ne Basis reingebaut richtig kies zusammen wenn ihr sichert bleibt alle auf einer Ebene ich dachte Indrico ist hinter mir ja Indrico war noch unten der war unten noch nicht durch hab ich nicht gesehen sorry gut stand weiter zusammen 90% von dem Scheiß geht ja eh nicht ab rechts ist gesichert fast schon drin hier ist schon gesichert dann können wir nach oben gehen gut wir gehen rauf das war aber eigentlich nur noch die zwei Dachdinger oder äh ja beide Seiten vom Dach noch rechts sieht gut aus so blau unten und dann wieder raus und gebäude 5 nehmen ich habe ein Fahrzeug äh den Warrior von vorher aber Karifikation ist drin beim 5er oder? ist das der Warrior von vorher? ich hab ne Stellung der Warrior ist beim 4er wir haben ein Stellungssystem hinter der Ortschaft markiert mit Warrior dran ja ich habe Sicht auf den ersten Warrior den ich markiert habe direkt auf Straße steht auch ein Raketenwerfer links Schütze bei mir östlich der ist links von eurer Mauer ja ja blau sich immer gebäude 5 Schütze ist ausgewichen wer ist bei gebäude 5? ich hab ihn ich hab ihn ok dann blau sich immer gebäude 5 ich markier mal diese Stellung ja das hat mich natürlich getroffen der Asi hm ja der war im Gebäude 5 ja der war im Gebäude 5 das war ich soweit dahinter der Raum ist noch einer drin da wo die Tür noch zu ist verstanden bist du weiter Enrico? ja aber die Doppeltür ist da ist noch einer drin ok ok fuck ich hab ihn nicht abgelassen Schütze bekämpft Gott ok das war wohl leer ja war genau leer ja hast ein Schuss hätte gereicht aber nein keinen einzigen Schuss gehöre ich mir selber ich muss mich über dicht machen mach das hier quatsch er schon mit einem ich bin noch Audio linksseits an Summen sonst seh ich nichts im Luvipid ja ich kann wieder ja ich geht bei mir auch blau wir können nichts absichern für Gebäude 4 und 6 Das müssen wir über die Mauer sprechen. Ja, wir gehen gleich rüber. Wir gehen gleich hinten rum über Rot wieder auf die linke Seite. Ich markiere erstmal noch diese Stellung da. Ja, Rot kann ich für die erst überwachen. Will ich mir das ein oder ist das ein Fahrzeuggeräusch, Enrico? Das ist der, das ist der, äh, rausgeschossen SBG9. Er steht da hinter der Mauer und Duggert. Ah, ok. Brav1j, komm. Brav1j, komm. Ja, F1 Frage, ab eurer Position Straße wieder frei, komm. Positiv, Straße wieder frei, aber ihr habt direkte Sicht auf die Bunkerstellung. Das sind zwei jeweils links und rechts der Straße. Rechte Straße und Seite ist wieder so eine, äh, ist ein Raketen-Werfer oben drin. Und, äh, MGs und auf der Straße steht wieder ein Warrior. Aber Straße ist frei, bei uns. Der Typ braucht nur Flexen mit seinem Mauer und Lock da vorne. Ich bewege mich jetzt, äh, westlich von euch an Straße und versuche da erstmal aufzuklären, ob da eine Möglichkeit für mich besteht. Ansonsten melde ich mich nochmal. F1 Sender. Das ist eins zu eins dieselbe Stellung, wie wir wollen. So, blau, ihr könnt vor auf die ersten Gebäude. Wer hätte damit rechnen können? So rein, da ist schon imok. Vorne, die sind Türen. Ah, vorne, ok, passt. Bist du rechts im Auge? Ja. Ok. Tür ist offen, ich geh rein. Transporter, opat, oder? Audio. Ja, Opti-, äh, Audio, ja. Bist du so weiter in Richtung? Kann man auch Zivilist sein. War, obacht, könnte auch Zivilist sein, genau. Hier rein. Ich glaube, der Lass war einer von den Zivilisten da auf der Eile. Wo gehst du? Das Gebäude ist frei. Ich auch. Da drüben sind zwei noch mega weh. Ich wollte sechs im Anschluss nehmen, bloß. Aber, weiß ich, ob der auch erzählt. Nein, nein, der... glaubt nicht, dass die reden, aber... Hier die Scheune, die ist beliebt bei der KI. Ach, warte ich hier rum. Wechselstraße, deine nach links. Ja, können wir machen. Zivilist drin? Ja, Evans, hab ich. Hallo, Evans. Da sitzt du in der Gister. Und hier liegt aber auch ein anderer Typ. Der nicht sterben will, was ist das? Trüm. Halbes Magazin wieder gefressen, der Typ. Alles frei. Kriegsverbrecher. Das hier? Kalle in der Geste. Das ist ein Kriegsverbrecher, der verstärkt, der... Danke Leia, der war gemein zu mir. Der Fanger, da ist drüben. Ach so, der ist drüben, okay. Ich löse ihn auf, dann kann er rüberkommen. Ja. Aber ich behandle du, Konrad, du bist da hier. Man hat mich treffen lassen. Wenn der aufsteht, während ich... Ich schieße in den Kopf, dann steht er auf und es stirbt nicht mehr. Weil du dann mit Beinen schießt. Also echt mal. Kau. Kau. Da. Oha, 25 Sekunden. 25 Sekunden, uh. Bravo 1, Herr Feinz, komm. Kann ich ja wirklich schon fast tun. Ja, Herr Feinz, von Straße aus kann ich nicht über der Vorrücken. Stellung ist zwar einsehbar, aber nicht gut. Ich bin jetzt wieder bei euch oben auf der Straße und werde im weiteren Verlauf die Straße nördlichen nehmen zum weiteren Vorrücken. Ja, ist überstanden. Ja, ist fertig. Danke. Herr Feinz, dann komm ich jetzt vor. Dann komm ich jetzt vor. Dann komm ich mal die Straßenseite in dem Gebäude 8. Klar, hier hast du meine Stellung und nichts. Ja, in Kürze mach grad noch ein Rekro. Oh, dann klappt das noch. Dann mach ich mit daheim da kurz Gebäude 8. Das war keine Raketen, das ist unser großes Kaliber. Das war ne Pack oder so. Das war ne Pack oder ein KBZ. Ne, wir kommen langsam in die Nähe von den KBZs, oder? Ja. Ja. Das steht auch wieder. Und das kommt von weit weg. Ja, könnten die KBZs sein. Ich glaub ihr könnt rechts das weiter vorrücken über den neuen nehmen. Solang wir die Schutz der Gebäude haben, können wir auch weiter vorrücken. Geht's hier rein? Okay, ich geh mal ums Eck. Da könnt ihr Sachen machen. Bist soweit? Mhm. Neben der Tür. So. Hang dran, wir können auch über die straßen Seite wechseln nach rechts. Da drüben ist wieder die Tür offen, wenn ich geh vor. Äh, hier sieht's frei aus. Ja. Sieht gut aus. Blau und günstigert Gebäude 10, rot. Ihr bleibt die Naussicherung links nach rechts. Ja. Wir könnten uns vielleicht nicht auch besitzen. Ja. Das kommt auf jeden Fall von weit. Ich glaub eher, dass die den SPZ hinter den Gebäuden durchscheinen und sehen, aber... Ja. Ja. Ja, komm gleich weiter. Wir sind im Gebäude 1. Weiß. 1 ist Audio. Infanterie, ja. Gut aufschließen. Wir sichern jetzt Gebäude 1. Komm mit uns in den Compound rein. Soweit Enrico? Mhm. Machst du auf? Ich kann grad nicht. Öffne. Ich seh nix. Bei mir ist frei. Ich geh rein. Oder gehst du? Ja. Okay. Du kannst hier rechts den Hof überwachen. Wenn du da durchstehen kannst, ich glaub da ist ein Zaun. Mhm. Dann schauen wir mal. Da ist ein Zaun. Ja, da ist ein Zaun wirklich. Geh mal raus. Okay, rot. Dann nehmt ihr Gebäude 2, wenn ihr könnt. Irgendwie durch das Fenster rein. Das ist der MG-Typ hoffentlich immer noch. Da drüben steht einer drin. Ja, hier, gell. In grün ist einer. Da gucken die Hände raus. Haben grad rausgeguckt. Du bist frei. Hast du den? Achtung, wartet mal. Rot, bevor ihr rumgeht. Ich werfe ne Granate ins nächste Gebäude. Ne, ist abgeprallt. Rot geht nicht um die Ecke. Im Gebäude grün noch ein Schütze drin. Passt auf. Ihr könnt hier rechts oben über den Zaun springen. Rot. Ihr könnt hier rein, besser. Ja, der ist schon drin. Wir sind durch den feindlichen Ecke gedeckt. Da ist ein Schütze drin. Die Granate reingeschmissen. Obacht, Granate in grünes Haus. Du auch vor das grüne Haus? Ne. Das geht ja auch nicht. Ich hab mit Wohl springen gemacht. Aber ich hab schaden davon gekriegt. Ja, ich auch. Ach, dieses Wurfteil ist doch auch scheiße. Es ist halt nicht 100% genau. Ja, war einer dahinter. Hinterm Haus. Ach ne, es war ein eigener, oder? War ein eigener, ja. War ein eigener, ja. War frei? War ein eigener, ja. Ich hab nur wen rennen sehen. Ich hab nur wen rennen sehen. Wir müssen die Räftersierung aufbauen im Gebäude. 3. Kann mal einer das Auto ausmachen? Ja, mach ich jetzt. Du vergisst nicht die Gebäude zu markieren. Fisst mich gerade nicht. Fünf blaue Gebäude wieder. Blaue Gebäude 4. A1, F1 komm. F1, 12 komm. F1, Frage, Gebäude rot, 9 und 10 gesichert oder nicht komm? Ja, sind gesichert. F1, so verstanden, ne? Enger vor der Scheißhütte. Ja, ich glaube ja. Gut, ich kann's ausmach, weil ich nicht auf Parasats komme. Wiederholen. Wie ist der Boden? Wie ist der Boden? Sie kommt nach dem Boden. Sie werden sollte beginnen. Gahd... Dumpscare Ich bin da wo kommen Ich bin 3rd Negativ, ich bin schon durch, alles gut Wir bekommen noch Beschuss aus der Verlängerung Kommen wir schuss zum nächsten Gebäude Bitserbenfeld bekämpft Ich versuche mal Wankle hier rüber zu tragen Ich versuche mal Wankle hier rüber zu tragen Hier ist doch das Kreisgebäude Habt ihr den bekämpft im Gebäude? Ja, die Granate hat es geregelt Ok, Rico noch da? Einer sichert links rum Einer muss links rum sichern Mach ich Nicht verletzt? Ne Einer ist noch verletzt Rico ist wahrscheinlich auch noch verletzt Ja, bei nächster Gelegenheit brauche ich dann auch mal den Äh Stunni vom Alpha Aber noch tut sie es Ist nie gleich doof Einer der Endbehandlung So Nächstes Ziel ist dann Gebäude 5 Blau sich in Gebäude 5 Weil Gebäude 5 können wir sichern und das 6 rüber schießen kann Ungelegt können wir das nicht So Einer ist fertig Gut Da ist eigentlich jeder bis auf Enrico und du wieder Grün Ja Mach noch Enrico zu, damit Blau weiter kann So Zu bin ich schon Da ist die direkte Decke Der hat aber auch alles gegeben Der hat nicht auf Jör zu schießen Nein nein Also sie hat es im Magazin rausgerotzt Einmal hat er mich gesehen und zack 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 Der hat es dann noch geregelt Ja und dann ging das aber auch so weiter Gott Enrico fertig Blau kann ich spoile sich in Gebäude 5 Verstanden In Durchbruch Enrico? Nein Gut In Mittellentfall So weit Hm Ja Frei und Tür Ja Bin da Auf Ich in der Tür Frei und viele Türen Ich gehe rechts rum, das ist nur ein kleiner Gang So mit frei Rechts rum ist frei Auf frei Ja hier auch Kommt wieder die Wiese ins Haus Das ist am Mutterhaus Machieren wir nach dem Gebäude und dann gehen wir weiter Gott sei Dank Fünf ist frei, wir gehen auf sechs Positiv Rücken gleich auf Rücken auf Gebäude 5 Mach auf Du bist frei Okay Na klar Hast du keine Tür Hast du keine Tür? Na klar Kriege ich eh rum, glaub Das ist frei Dann blaue Gebäude 7 nehmen und dann Gebäude 8 Oft Galt aufs Hinter Oder? Da lohnt man gleich Gebäude in der Acht nehmen, da geht's schon, oder? Das sah ja jetzt aus Hm? Die sind aus dem Boden hochgeglitscht, wo die über den Sound drüber sind, dann sind die hochgeglitscht Links vorgehen Ja F1 Fordere an Mörser 10 Stück Auf Markierung Bunkerstellung 1145 Kommt Gebäude 9 Können wir noch sichern Das sind 2x9 Die OPZ Wiederhole 10xHE Auf Bunker 1145 Kommt Erste Gebäude 9 Können wir noch sichern Das zweite Ja F1 so bestätigt Das sind ja zwei Markierungen Dann 5 auf die nördliche Und 5 auf die südliche Kommt Aber ihr könnt schon mal aufklären, was ihr Vorteil habt Also wenn ich das Gebäude 9 Ja hinter uns steht aber auch der Alpha, der sieht das eh, was wir hier sehen Ja dann nähert euch mal sicher an Gebäude 10 ran Quatsch Hinterm Gebäude so dass euch die Stellung nicht seht, die wir gleich von Mörsern beschossen Die Stellung Der Rot hält erstmal die Stellung an Gebäude 9 Blau und Grün rücken nochmal zum Gebäude 10 vor Wir bauen sichtbar auf die Stellung, die wir das Gebäude gesichert haben Und dann beobachten wir die Einschläge Aber da kommt die Infanterie auf uns zu Über die Straße Hier ist nix, hier ist nix Und hier ist der Eingang Und so Alpha City Infanterie Sehr gut Ja Ja Trippel hoch ist frei Was sind wir hier? Ist ja nix Eingang wie links aus der Straße am Vorrücken Frei Ach, Feuer frei Oh Oh Ja ist in den Büschen Was ist jetzt uncool? Was ist los? Ja die Stellung sieht uns hier an dem Fenster Ja Stellung ist gleich nicht mehr Das Mg ist Richtung 093, passt auf Ich glaube das Mg ist schon beginnt Merserbeschuss beginnt Neue Infanterie zwischen uns und der Stellung beim Glühen Rauch Begrüßen Rauch Ich habe 077 noch ein Borja im Wald Markieren Wer ist markiert? Wer ist markiert? Ja Herr F1, ich möchte meinen das ist der markierter Ja das ist der den wir vor einer halben Stunde schon markiert haben Ja Ja ich bin selten auf der Garte Merser kommen gut Die Ausstellung in der rechten Stellung vermutlich bekämpft Oh der steht aber immer noch auf der Hauptschlöse Da ist noch ein Mg im linken Bunker drin Ja ok setz, rounds complete Ja F1, super stand, Ende Ja Du hast den Schützen erwischt Maxi Wieviel Warrior sind denn da markiert? Einer Sind aber 2 Maximilien Falltreffer durch Warrior Also im Wald steht 2 Warrior Dann markier den zweiten Ja F1, macht euch erstmal weg Da kommt ein anfahrender LKW Und sucht euch eine Stellung Ja wir sind im Gebäude Der ist hinter sich Da steht 086 086 ok Genau an der Waldkante Siehste nur im Turm Und auch nur wenn du stehst Ja ich sehn Sehn Da kann ich die Entfernung nicht messen Aber ich ihn markieren wollte Ja brauchst du doch nicht Brauchst doch bloß am Waldrand markieren wo der andere ist Naja Wo ist denn mein Kartenwerkzeug schon wieder hin? Da oben Ich hab schon markiert Äh Alpha 2 War ja im Wald markiert Man könnte behaupten dass das fast die gleiche Stellung ist wie vorher Ja Na auch die Warrior stehen so ungefähr gleich Ja F1 wir haben einen Warrior bekämpft Frage wo ist der zweite? Rechtsseits davon ca. 150m bis 200m im Wald Also an der Waldkante entlang Ja F1 so verstanden Dann ist der vermutlich hinter Angen bei uns Da müssen wir uns erstmal den Warrior auf der Straße vornehmen Ja so positiv wir sehen auch nur den Turm von unserer Position Was mich halt ein bisschen stützig macht was da vorhin geschossen hat Was der Warrior hat Maxi umgebracht? Ne vorhin Wo meinst du vorhin? Das Großkalibre hier Das hat sich angehört So du meinst der Kpz Ja der wird irgendwo hinten im Wald stehen Ja aber siehsten halt auch nicht ne Zu weit für deine Panzerfaust Zu weit für deine Panzerfaust Wie Maxi gerade bewiesen hat ist auch der Warrior da vorne zu weit für die Panzerfaust Weil näher ran können wir nicht Der ist noch einen halben Kilometer entfernt Wer schießt da gerade auf den Alpha? Ja Jetzt hat die Infanterie wieder blau genebelt dort Liegt auf den Infanterist Wer schießt da raus Wankerle am Boden Hier Alpha 1 Beschuss durch Warrior Wir müssen reparieren Zieht euch komplett ins Gebäude zurück Ja waren wir Wankerle ist rausgefallen aus dem Gebäude Hinters Gebäude Nicht im Gebäude Habt links hinten ein Fenster da könnt ihr durchklettern Dann müsst ihr nicht seitlich raus können Ja gut dann Genau das meine ich Meins Oder es geht auch nicht Das war natürlich klar Macht mal am Rand Fensterrahmen Am Rand ist Fensterrahmen Am Rand ist Fensterrahmen Ne dann gehts nicht Da müsst ihr doch seitlich raus Am Arsch diese Drecksfenster Der Linkste ist da auch ne Tür Dann geht der Linkste Tür raus Das ist keine Tür Das ist auch ne Tür Wie meinst du Ja gut die geht Das ist keine Tür Du wirst keine Tür Du wirst keine Tür Ich Scheiß Warrior Eine Morphine Dann soll es besser werden Jetzt kann Alpha erstmal ne Stunde reparieren Ja Dafür respawnen wir schneller als wir behandeln können Aber wenn die ne Stunde reparieren sind Dann kann ich mich ja gleich da versorgen Ja Kannst du Ich kämpfe die jetzt eh nicht Ich bin mal eben schnell hinten beim Alpha Ich hab das ne geile Idee ist Die wurden überhaupt beschossen Ne Du kannst es gerne versuchen Du kannst es gerne versuchen Ne ne lass mal Wir sind doch gar nicht am Arsch kattrisch Wir sind doch gar nicht am Arsch kattrisch Ist dieser Kanonführer geschossen Hattest du mittlerweile auch aufgetaucht? Ne Müsste den Kampfpanzer hinten am Ball gewesen sein Ne dumm Ah Schießen am Großdistanz ist nicht mehr Ja ok Kannst es umrüsten auf die Auf die Schlossflinte Die wollen wir uns jetzt eigentlich bekämpfen im Wald Dann können wir eigentlich markieren Nein Einer nicht Und der auf der Strasse auch nicht Ich wünschte ich hätte einen Video Link zu was DSPZ 10 auch wieder kommen oder? So Dann müssen wir Multistream machen Ne Ich mein hier im Spiel So ist ein iPad oder so'n Scheiß Ging das nicht? Also du hast nicht mehr den Helm Aber du hattest Es gab doch mal einen Helm für Druckführer mit Kamera oder? Mhm Den gibt es immer noch Aber ich glaub der funktioniert nicht mehr Ich hab glaub ich eh die Kamera oben oder? Das funktioniert aber nicht anders so wenn der im Fahrzeug ist Und Sachen macht Ja dann siehst du halt nur das Irgendwas Ich glaub nicht nur das was das Inventar sieht Das wird einfach gar nichts anzeigen Das ging nicht mehr glaub ich Ja Infanterist Eins Der war ziemlich nah Guck mal links und rechts ums Gebäude rum Da war ziemlich ein Infanterist der auf der Strasse gelaufen ist Der war ziemlich nah Vielleicht 200 Meter 300 Meter Kann es sein dass der von der Gruppe noch übrig geblieben ist Kann auch sein dass da eine neue Gruppe gekommen ist Kann auch sein dass da eine neue Gruppe gekommen ist Willst du mal dass die das Fahrzeug bekämpft haben? Ah ich bin aber gekommen F1 hört Ist der Ist der Bei der Stellung bekämpft? Ja F1 noch nicht Wie auf Warrior ist der bekämpfte? Läuft über die Über die Straße Kompletter Trupp auf uns zu Ja Markierung angepasst Maxi Ben Seh ich den bekämpft? Nee ich bin rein Ist der Kfz 090 M60 glaube ich Geht weg vom Gebäude Entfernung Maxi M60 in Richtung 090 1165 Meter Die Batterie ist bekämpft Ist es denn er schießt? Ja der Acker geschossen Ja F1 ich kann ihn nicht aufklären, brauchen vakante Sicht Ist der hinter der Stellung oder wo? Er ist links als hinter der Stellung Wie lang Maxi? 1100 1165 Meter Enrico tu es Sucht euch mal Deckung Wenn der einmal hier rein zieht Und dann war er hinterm Zaun Ich hab glaube ich auch Und er schießt auf Maxi Du schießt auf das Gebäude wo ich rangehe Den tut mir wickst oder ja? Geht's dir gut? Ja Soidee, lass uns hier was brütteln Machst du bei mir mal ein paar Handlungen? Ja klar, nicht so weit wie hier Eine Notfallspur in die Mannschaft Der Kapitän schießt nach uns Fahrt um euch in den Graben Grab mit Aber nicht zu nahm Gebäude, wenn das einstürzt Nimm es sonst so Da ist ein Enrico Ja, FA1 Beim Ausweichen durch KPZ getroffen Wir reparieren Ich glaub hier muss mal einer mit kram Das dauert ja ewig Was grabst'n du? Lange Kram Ja, okay Passen wir nämlich alle dahinter Rava1 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 Ja, FA1 Also wir kriegen den Warrior nicht zerstört Wir haben den endlos beschossen Da rührt sich aber auch nichts mehr Wir gehen jetzt erstmal davon aus Dass da keine Besatzung brauch ist Komm Ja, ist überstanden Ja, FA1 Des Weiteren werden wir jetzt verlegen Wieder nördlich Zur Sichtaufnahme auf den KPZ Und zur Bekämpfung Entweder kommt ihr hier rein Oder ihr ballt hinter euch noch ein Weil ihr schießt hinter euch gegen die Mauer Ja, dann nochmal einen langen Ja, dann müsst ihr nochmal einen langen Also ihr kommt einfach in das Loch hier rein Ja, oder ihr kommt einfach in das Loch hier rein Hinter euch schießt und bringt euch der Graben hier vorhin Ich find den langen Schützengraben witzig, okay? Wir müssen auch vier Leute für eine Stunde graben Niko bisschen höher Da ist sonst noch was zu tun Da ist sonst noch was zu tun Da muss irgendwo der Punkt sein Da irgendwo Da muss irgendwo der Punkt sein Wir spielen Minecraft Ja, das sieht doch ganz gut aus So, das war's 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 Höher 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 Das war's Das war's Das war's Das war's Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Die fliegen ja eigentlich rein Aber du siehst wir spritzen Ja, wahrscheinlich weil das zu weit weg ist Das ist sonst wenn wir bereit sind Aufsitzen Hat niemand Bubu Cocker, die Das hält noch 15 Minuten durch, weil ich glaube, ich habe den einen FPS-Bug. Aber wenn du Kicker kurz Bescheid sagst, dass er einen Ready-Point stellen soll, dann wärst du wieder da. Das ist jetzt schon, das ist ja noch du heute. Das stimmt gleich, wie dein FPS die Stellung. Das ist nur, weil ich mich schnell umgucke. Man kennt dich ja, du stehst eigentlich immer nur in eine Richtung, du guckst nie um. Nee. Ja, da ist jetzt irgendwas, ist viel zu kurz. Ha, den siehst du sogar safe, du kannst hier durchs Sensor gucken. Echt? Ja. Ja, wo ich stehe, siehst du. Ich glaube, ich glaube langsam, dass die Zuschauer, die wir haben, gar nicht echt sind. Das sind einfach nur Bots. Weil keiner was schreibt, sind fit. Wie sagen. Ja! Alpha 1 aufsitzen. Alpha 1 aufsitzen. Alpha 1 aufsitzen. Wir haben zwischenzeitlich einen vorgezogenen Versorgungspunkt einrichten können und dort Karte markiert. Alpha 1 aufsitzen. Ja, Alpha 1 aufsitzen. Alpha 1 aufsitzen. Alpha 1 aufsitzen. Alpha 1 aufsitzen. weil ihr müsst dann gleich sichern. Ihr müsst uns behaupten. Also ihr müsst machen. Hallo Kurt. Wenn wenigstens einen nicht-nicht-bord Azebord nur ist. Wer war das? Ihr, den Sandi, Wankerle! Los! Ah, das weiß ich ja nicht. Wankerle, Wankerle, Wankerle. Für alle anderen hat auch Wanker genug Zeit gehabt. Ich sehe zwei feindliche Schützen Richtung 092. Siehst du die auch? Ja. Dann kannst du mit M.G. bekämpfen. In 650 Meter. Oh Gott! Oh Gott, das kannst du mir nicht antun. Das darf ich schon reif. Ja. Oh, Wankerle ist fit. Bekämpft, den links noch. Auf geht's, los geht's. Drei links. Er ist abgehauen nach rechts. Im Bunker, ja im Bunker da, siehst du den? Ja. Ja, ein bisschen tiefer. Ja, ein bisschen tiefer. Vor und bekämpft. Nebentrein ist noch einer. Wir wollen eine Stellung ist auf, oder? Wo habt ihr das M.G. gesehen? In der linken oder in der rechten Stellung? Der müsste linke Bunkerstellung sein, M.G. Oder es kann auch ein Schütze gewesen sein, der so ausgesehen hat. Ja, da schießt noch einer, siehst du das? Ja, das ist ein M.G. Ich seh's jetzt auch. Die AMA-Grafik packt hier gerade rum, die nähert den Bunker nicht. Ähm, dann schalt mal oben auf ABM. Ah, jetzt wird mir der Bunker wieder angezeigt. Na komm, hau rein jetzt da. Zu hoch, zu hoch. Du musst genau auf das M.G. schießen. Das ist weiter links gewesen. Weiter links. Noch weiter links. Und bekämpft. Sollte zumindest. Ne, der Schütze steht noch. Warum auch immer. Ah, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich aber wieder. Jetzt zeig mir aber mir die Grafik an. Ja, dann schieß doch. Warum schießt du denn jetzt auf rechts? Du sollst doch links auf das M.G. schießen. Ja, da stand aber auch noch einer. Aber jetzt zeigt mir aber, wie er die Grafik nicht hat. Das ist, äh. Also demnächst hier, äh, Shad, Spendenaktion für Kroko, neue Grafikkarte. Ich kann eigentlich eine gute Grafikkarte. Ich kann ja nix dafür mit einem Hammer rausfinden. Ja, das hatten wir schon mal, das Thema. Ja, genau. So. Jetzt seid mal ruhig da hinten. Versorgung abgeschlossen, Aluka. Ja, wir können. Ja, von links. Gut. Dann Fahrer ausrichten 096 und 30 kmh vor. Das war okay. 096. Du musst es mal lauter machen, dann hörst du uns. ROLLING 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 ROLL Da steht rechts und links dabei, das habe ich noch nie bemerkt, das ist seit dem Update. Ja, aber das ist mir seit dem Update auch noch nie aufgekommen. Ist der Warrior noch besetzt in der Bunkerstellung oder nicht? Der LKW steht da noch. Den Warrior haben wir so oft beschossen und wir haben keine Reaktion gesehen, er macht nichts mehr. Ich markiere ihn mal als gelb. Wollte ich gerade machen. Frank, wie hast du ihn noch markiert? Ich habe nur meine Markierung angefangen. Er ist kein Marker von mir. Dann lösche ich mir eine. So, Schütze bleibt jetzt auf der rechten Bunkerstellung, falls da einer links oder rechts raus gerannt kommt. Die MGs hier sind alle bekämpft, fahre halt. Winfern zieh links ab. Links raus. Eins raus. Zwo raus. Ja, wem. Bravo, direkt links in den Bunker eindring. Hinten frei. Der springt nicht mal. Aua. Ich glaube der schießt von rechts drüber. Andere Straßenseite? Blau, schon, also am Boden. Oh, auf links. Ja. Zieh die mal zurück. Guck nicht über die Mauer. Achso, wir haben eine Rechtsseite hinterm Bunker und auf den Schützen. Ich bin wieder da. Der FV1, den können wir nicht sehen. Ja. Der Sani ist ausgefallen. Jetzt sind wir fest. Ich will jetzt der Sani hinter sich. Oh, ich bin wieder dicht. Ja, ich bin gleich wieder dicht. Fünf Sekunden noch. Wo steht denn der drüben? Guck nicht über die Mauer. Ne, ich will eine Granate rüberwerfen. Wir werfen Granaten, Maxi. Jetzt glaube ich links hinter der Mauer. Die war glaube ich zu kurz. Okay, lass mich mal ran. Gebt mal weg. Lass mich mal hin. Weil ich bin der einzige, der noch nicht verletzt ist. Also, ich sehe den nicht. Vielleicht ist der bekämpft worden. Der glaube ich war in dem Bunker drin. Ne, das ist ein Fahrzeug. Ich glaube der war hinter dem Fahrzeug. Dann brauche ich ja mal den Bunker. F-Bravo, komm. Alpha 1, 3. Also, ich kenne jetzt den linken Bunker. Aber brauche ich da mal einen Rallye-Point, weil wir keinen Sani mehr haben. Alpha 1, bestätigt finde. Ja, da liegt ein toter Schütze. Vielleicht hatte ich noch Wankle erwischt, bevor ich steigen. Ah, ist frei. Und? Bunker ist frei. Dann wieder zurück zum Alpha. Wir gehen hinter dem Alpha vorbei. Gehen auf die andere Seite. Da ist genau im Gesicht gespawnt. Hallo. 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 Geh drüber. Ja, ich bin schon drüber. Da drüber. Wo soll der Lücker eigentlich fallen? Weiß ich nicht. Versichert hier dein Bunker auch noch? Ich hoffe wir sterben jetzt nicht. Schau mal ob du da was du siehst. Ich sehe nichts. Nö. Links. Links. Ja. Der ist genau links hier im Bunker drin. Alter, fick dich. Oh. Noch mal ein bisschen Black-Screen für euch. Ich kann durch keine Granate mehr. Kann auch gehen. Über uns drüber, glaube ich. Nee. Oben war keiner. Habt schon? Ich weiß nicht, ob... Nee. Ich kann in Blau wegzuziehen. Alter. Ich glaube ich hab'n. Ich kann nur mit ihm weiter. Oh. Da haben wir Wankerle kurz gesehen. Die Bunker frei. Hält frei. So. Mach's gut. Ich streame erstmal in Konrad. Der Lock ist sichert. Markle zieh dir hinter den Bunker. Dann bitte in Sicherheit sind. Ach Bob-Chef, wenn du gehst. Konrad kann die jemandem nicht aufwachen. Der war eigentlich okay. Dass Frau sich hat, als der Typ aufgekommen ist. Einfach mal vor Spannfeld. So. Okay. Konrad will nicht aufwachen. Geben sie mir das Epinephrin. Enrico, bist du wieder da? Oder ist es nicht heißen Kicker? Okay. Enrico ist wieder da. Konrad ist nach am Boden. Was? Ah, wieder da. Konrad. Von halb zu direkt aufwachen, ist auch ein guter Start. Ja. Konrad fertig. Ok. Und Enrico ist auch gleich fertig. Und Enrico ist auch gleich fertig. Helikopter, 084, Deckung, Deckung, das ist wieder nach links, mit Raketen. Bro, what the fuck? Bunker, Bunker, Bunker! Da liegt ja auch einer hinter mir. Wartet mal, lass mich mal da rauf. Ey, das ist unser Bunker. Lass mich mal da rauf, hab ich gesagt. Wischen da oben? Da ist eine Ding. Hey, die ist nicht zerstört. Stopp. Hey, das liegt zu teuse, das ist FB9. Er verzieht sich wohl. Wollte machen großen Schwecker nach links. Bis die über Nord-Ost kommen. Ja, liegt nach Süd. Ja, er ist ja von Ost nach Süd. Süd ist schlecht, da kann ich nichts hinschießen. Jetzt sind die Bäume Richtung Süd-Ost. Ich weiß noch nicht, ob er auf uns zu oder weggeflogen ist. Ah, er kommt direkt. Er kommt wieder zurück. Süd-Ost-Süd-Ost. Ich kann ihn nicht treffen. Also wir sind drüber. Wer hast du getroffen? Mich nicht. Mich. Oder? Ich hatte auch getroffen. Aber es sind alte Wunden. Sollen wir nicht einfach Feierabend machen? Der kommt jetzt aus dem Norden. Bleib in Deckung geklappt, der schießt jetzt Raketen. Naja, der geht fast runter gleich. Sondern auch was da schon passieren. Da machen wir mal kurz Enrico so lang. Was mich nicht sieht, kann mich nur... kann mir auch nicht stuhlen. Ich bin nicht stuhlen, ihr seht das ja eigentlich. Er kommt wieder. Welche Richtung? Oh, Deckung. Keine Ahnung, der Alpha schießt. Halt mir nicht drüben noch ein SMD oder sowas? Ja. Das ist zerstört. Ich muss mir sagen, wo der Alpha kommt. A1 für Alpha 1 kommen. A1 hört, komm. A1 hört, komm. A1 Frage, Bunkerstellung gesichert, komm. A1 Frage, Bunkerstellung gesichert, komm. Ja, sind wir auf schwarz markiert. A1 so verstanden, dann Stellung halten, Ende. Ja, ja. Ich hab das vorhin schon gesagt. OPZ 4 Alpha 1, komm. OPZ hört. Ja, Alpha 1, wir haben hier leer geschossen, sind an Bunkerstellung, brauchen andere Kräfte zum Auslösen, komm. Yo, sag mal Bescheid, wir gegen KI spielen. Achso, ja wir spielen gegen KI. Man hört dich ja eh auch im... Alpha 1 so verstanden, ne? Ja, der Helikopter war unser Zeus, der uns ärgern wollte. Was willst du denn eigentlich mit dieser Milan da oben? Ja, wenn ich den Helikopter... Wenn der gerade zufliegt, treff ich den. Ja, wenn der gerade... Helikopter bin ich gerade rein. Ach, genau in der Richtung. Bok, flieg mal gerade an. Bok, gerade Anflug, jetzt. Befehl. Aber nicht zu hoch, weil es kann ich nicht hochschwenken. Ach, nee. Oh, schade. Guten Abend. Ja, gut. Das war's. Das war's. Das war's wieder für heute. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Noch einen schönen Abend an euch. Achtö. Das war's mitijah. Ja, das war's. агj Aber es passt recommends totalmente. Wide! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020